Ich bin mal gespannt, wie sich das bei unserer Ausrüstung dann, äh, zeigt. Eat of Worlds, heißt der Wo? Eat of Worlds, heißt der Wo? Kommt der Wo? Kommt der Wo? Kommt der von Wo? Oh, fuck! Ich komm nicht raus! Äh, ich hab Angst. Der kommt von links. Äh, rechts. Ne, bei mir hat es nicht erst von links angehört. Oh Gott hat er viel Leben. Der Arm. Jedes Teil hat sein eigenes Leben. Der Arm. Aber Deshawn ist da. Also ein paar Teile sind schon mal ziemlich arg geschwächt. Huh! Ja, da müssen wir halt aufpassen, wenn man die nämlich kaputt macht. Oh, fuck. Jetzt sind es nämlich mehrere Teile, die alle einzeln kämpfen. Ah, ich bin gar nicht so schnell, wie die sind. Aber ich hab noch... Aber ich hab noch 280 Leben, also... Jaja, der geht irgendwie die ganze Zeit auf mich los, ey. Schattenschuppe! Au, 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 au! Ich werd nur... Werd nur geschubst, ey! Du blöd Kopfnasel. Warte, ich komm ja schon! Hallo! Boah! Pssst! Boah! Wodfuck wie viele sind das jetzt? Oli! Boah! Das geht mir ein bisschen zu schnell hier! Ich hab fast keinen Mana mehr. Wow. Ich hab noch voll viel... Obwohl ich die ganze Zeit hier rumschieße. ich halte die ganze zeit gedrückt die ganze zeit diese kurzen blauen dinge aufgesammelt er ist fast tot er ist fast tot auch wenn es total laut war drüben ist noch geld und was haben wir bekommen ich habe eine dämon schuppe ich habe auch ja ich sagte ich habe 21 schatten schuppen 51 dämonit erz ja ja auch geht's moment back home das war ja hervorragend warum stehe ich auf dem stuhl warum stand ich auf dem stuhl ja egal das ist der stück so was machen wir jetzt ja warte ich glaube ich lege einfach mal das dämonit erz ab gib mir mal das ganze dämonit erz ich gehe mal kurz zur triade und der andere kerl der erschien das sieht ja hässlich aus so so was soll das heißen ich bälle mehr als ich beiße die ist super weil wir damit jetzt auch diese hüllen stein abhauen höllen stein meine ich ich bin heute fähig höhlen stein auch aber höhlen stein der steinigste aller steine wo soll ich denn die goldspitzhacke hin tun die können wir dann gleich weg machen weg machen wie das klingt ja also wegräumen halt ich räume die hier rein für den anderen spitzhacken habe ich eigentlich zwei hammer ne ich habe einen silber hammer und ansonsten nichts okay gut ich habe noch ein bleihammer bitteschön kriegsachs der nacht die ist viel besser als die die ich da habe ich habe nämlich noch die lied das klingt echt doof auf deutsch im englischen ist es der breaker klingt wie so ein wrestling büb so kann ich da irgendwas eigentlich hab hier keinen platz mehr gut dann pack ich die linsen woanders rein wir hatten eh noch in einer anderen küste linsen jetzt macht sogar der hammer richtig schaden linsen ja linsen haben wir glaube ich noch irgendwo die sind hier unten in der goldene piste ich komme runter ja mit der warte 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 ich gleich zum meteorit aber wo ist er gelandet das müssen wir suchen im normalfall landet er bei der korruption war ja links also geben moment moment erst mal gebe ich dir eine waffe ich habe eine aber noch eine andere fernkampfwaffe okay die packe ich geh mal hin auf die null oh mein gott jetzt sind wir sowas sind dermaßen overpowered hast du auch munition die kannst du ja bei dante kaufen ja ich nenn ihn immer dante weil der auch so ein bisschen aussieht so bitte stehen oh 999 stöcke ich bin equipped so jetzt mal ausprobieren willst du noch mehr nee ey vogel doch nimm nimm wo bist du da so was laberst du eigentlich das schauen ich möchte das was alison verkauft was heißt was heißt sie verkauft nichts oh moment das ist kein film freundchen munition geht extra mach schnell ich habe in einer stunde ein date mit alison ohho alison ist wer schia ist ein hübscher so dumm dass sie so brüde ist ey der ist ja voll der casanova hier voll der checker wie ich sehe ich starrst du den minihai an du solltest lieber nicht fragen wie der entstand iiiiih der minihai ist übel der kostet auch nicht umsonst 35 gold das ist ne minigun minihai steinschloss das ist das geht wirklich du läd das ist wie ne minigun illegale gewehrteile da hast du auch so zu damit können wir ne sternkanone basteln damit können wir unsere sterne als munition verwenden die macht auch richtig schaden aber das ist im moment nicht so wichtig ich suche nämlich grad noch platz für unser ganzes zeug wir haben noch nicht wir nach dem meteorit jetzt zu können wir haben noch kisten ne in der einen kiste sind noch kisten ich glaub hier ja das problem ist immer noch mit dem hinstellen hab keine lust bei dem jetzt ist der gast da nur eine kiste bei jedem rein wollen wir kurz unterbrechen und ihn die letzten 20 minuten noch mit rein nehmen ja das können wir machen alles klar dann unterbreche ich kurz hier die aufnahme und wir sehen uns gleich wieder alles klar so da sind wir wieder und wir haben einen gast da bis gleich sag mal hallo begrüß dich mal wer bist du ja hallo genau ja ich bin sowas ein goblin armen has arrived nein ja ja die oh shit oh mein gott der ist im haus ähm ich würd sagen ja das ist wie gesagt das ist der zauberer warum steh ich auf dem tisch solltest du mal ich werf dir ich werf dir Zeug hin oh der fuck muss ich dir denn da so nein er geht raus ja es ist nicht so schlimm wir machen das jetzt ähm das ist echt ein blöder Zeitpunkt das ist doch echt ein blöder Zeitpunkt das ist doch echt ein blöder Zeitpunkt richtig derbe also einfach respawn aber die magier sind nicht böse nein das ist mies war mehr also ich habe einen magierkopf quasi getötet ich nehme mir mal was zum heilen oh ne unsere triade ist kaputt ja das macht grad nichts wir müssen sowieso erstmal gucken dass wir hier so gut wie möglich überleben oh schon wieder ja ne ist kein Problem überleben das ist so eine blöde Zeitpunkt gerade oh der scheiß magier komm her ich ließ mir den Kopf weg so tot ähm kleine information die magierkugeln kann man auch zerschlagen da bin ich auf die magier losgegangen aber ich das ist ja noch ein goblin so ich werfe dir nochmal ein bisschen Rüstung zu du kriegst auch gleich noch ein Schwert und ich kann doch ich kann mich jetzt heilen Rüstung kannst du schon mal ausrüsten so oh Mist 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 komm jetzt komm her du scheiß Viech ja 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 unser Färbung wurde getötet das spiel das ist ja ganz blöder Zeitpunkt ich weiß so ich mach hier mal die ganzen Bogenschützen die Rüstung machst du wenn du dein Inventar geöffnet hast ja ja das wollte ich wieder erlebe so ja äh 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 das ist tot ja äh 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 ich kümmer mich mal da oben um den Magier da oben wenn ich da mal hinkomme wo ist denn der Tim? holy shit können die einfach die können die Porten der hat sich wieder runtergeportet äh nein das hatte ich erwähnt boah ich muss zwischendurch verdammt du hast noch nicht zugehört wurde in Hackfleisch verwandelt das Beste ist dass ich diese Stille jetzt heimhalte ja sauberbei ne 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 weil das pass wird ja ich glaub ich werden jetzt erstmal die Müsse zehn Minuten nur abkacken ja ich auch nicht ja ich hoff das das nicht so lange dauert aber das ist halt so ne das ist jetzt halt richtig schön Survival ne so wurde vernichtet so wie bei einer schöner welt döner wurde aufgeschließt aber ich glaube die haben unsere türen kaputt gemacht ich habe kein maler mehr facken was los ja haben wir unsere türen kaputt nach oben ich brauche leben scheiße glastüren sind wochen glastüren sind doof ich schießen die ganze zeit so ich muss mal wieder leben regenerieren deswegen jetzt guckt es gerade bei mir wieder so heftig ja weil das gerade extrem viele gegner sind sonst trifft er mit seinen pfeil dann nicht verdrückt das ist schon mal besser als dass das kupfer kurzschwert ja du wurdest wieder getötet und der stadt gab es dann richtig wie viel schaden macht ihr dir eigentlich oder hast du da gar keine zeit irgendwie drauf zu achten ich hab da überhaupt keine zeit darauf sagt weil ich jetzt mal genau das ist jetzt blöde zeitpunkt gerade aber naja das sind noch mehr die hauen ab die hauen ab ja auch nicht ich mach dich platt 21 schaden machen die goblins bei dir ja ja das sind jetzt noch die letzten überreste neuer merchant ist da du bist tot ich bin gleich tot ja ne doch nicht ich hab noch mich heilen können alter du bist du bist der lacke gut das aber ein bisschen gut haben wir das auch überstanden diesen kleinen und ist auch noch relativ schnell in 6 minuten oder so also keine 10 minuten gebraucht ja so ich würde sagen du gehst jetzt erst mal zu nurse und heisst dich ja glück auf ach so ja ich weiß nicht ob er das geld hat warte 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 das hast du jetzt fälschigerweise aufgenommen das war für ihn und ich hab die holz äh ich hab die glastüren im inwinter ich weiß jetzt wo die glastüren ja ich glaube du hast es jetzt ich werde mal die glastüren wieder hinbauen okay mach das so ich hab dir jetzt ein bisschen ausrüstung gegeben hab ich na dann heb's auf warum hab ich die glastüren im inwinter ich hab die doch gar nicht weggemacht ich hab voll viele stachelbälle bekommen so haben wir noch irgendwas ich hätte übrigens warum habe ich nicht meine muskete ausprobiert sebastian ja das ist eine gute frage aber ich glaube gegen solche gegner massen ist der zauberstab dann trotzdem noch sinnvoller also mit dem zauberstab kann ich ganz gut verwandeln das sind ganz viele kraftsteine jetzt wurde vernichtet wurde geköpft auch schön hast du eine ganz schöne bandbreite an tote hinter dir ja auch noch ein kraftstein einmal alles ausprobieren wurde in hackfleisch wandelt das hast du sogar zweimal geschafft yay ja war ein schöner serverstart jaja 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 ich hab euch ganz viele kraftsteine gesagt jaja aber jetzt ist unsere triade weg jaja schön ja die kommt wieder okay klingt gut das ist wieder pink panther ja das ist unsere übrigens unser wunderschöner turm hier ja ich denke das hat er jetzt auch ganz gut erkannt alles also mal erwähnen ja was er sieht so nach dem ganzen chaos aria soo aria ja siehst du da ist schon die nächste triade wir haben nur weibliche triaden guck mal die wolke im hintergrund an das sind ja auch triaden ja das sind ja auch triaden die gibt es nicht in ähnlicher Form pfff kringelwolken die müsst ihr euch angucken äh so so ja wo waren wir jetzt eigentlich vorhin wir wurden vorhin unterbrochen von der koppelnarmee ja ähm wir hatten ja jetzt den ja ja den hat man jetzt platt gemacht ähm jetzt würde ich sogar sagen dass wir uns zu dritt ja stimmt der meteorit kam ja das haben wir ganz vergessen ähm nach links am besten würde ich sagen genau also einfach folgen einfach dem blauen etwas hier folgen ich habe tungsten ausrüstung deswegen sehe ich aus wie so ein alien und es ruckelt gerade wieder jetzt hat sich's wieder eingekriegt hier hier war unsere wunderschöne arena in der wir das auge innerhalb von einer minuten oder so blatt gemacht haben ich glaube wir sind ein bisschen zu schnell für ihn oder wir müssten noch haben wir haben wir in einer kiste noch hermes stießen ich bleib schon eine ganze Zeit bei jemandem guck halt wegen monstern und so du hast doch äh das kann sein aber ich weiß jetzt nicht in welcher kiste ich habe ihm aber schon ja weil oben müssten wir ihn haben in einen hermen stiefel ich glaube ich habe selber noch hermen stiefel irgendwo oh ne ich bin in der korruption achso ok warum leuchten ja da müssen wir ja hin aber wir müssen oben oberfläche korruption ich weiß gerade sowieso nicht warum bin ich nicht mehr in team blau nein hast du gesproben so hi seelenfresser gegen seelenquall showdown es leckt skype grad rum ihr seid blöde mistviecher wisst ihr das gut ich habe mich in die Höhle geschubst äh du hallo höre mich wieder hallo es hat hier geklappt ja oh ja du solltest schon springen ne ja 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 ah nicht gesehen ja jetzt geht es wieder weiter da ich habe mich gerade im Arsch hängen geblieben jetzt ist es wieder am Arsch oh ja ja aber du die Confi hängst ich glaube ich ruf nochmal an dann mach ich das nochmal bis gleich OK bis gleich alle auflegen